Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde TTT Machen wir rein, Laura Genau, das kommt immer gut, Kai Die Leute können ja mal Hallo sagen, die mitspielen Nein Dann bauen wir einen Witz Oder auch nicht, gut, dann reden sie halt nicht Ich bin irgendwie außerhalb der Map Also nehmen wir jetzt auf oder nicht? Ich nehme gerade schon auf, Kai Versteck dich Komm erst raus, wenn ich wieder da bin, okay? Okay Au So, Airbus ist richtig geil, muss ich mal sagen Hab dir was gesagt Ich will mich verstecken Ups Ach, das ist die Oh, 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 oh Mach erst mal einen Muckern 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 Hi KJ So viel Mois neben mir Hallo Dann kann ich mal wieder durch Aller, aller, ähm, KJ Der ist hundertprozentig greater Ja Warum? Schieß nicht auf den Boden von mir Warum ist der denn, ähm, greater? Traitor Ich gab Hi Was glaubst du denn sonst noch an Jesus? An Gott? Übrigens hat jemand, äh, einen Teilhauten Ne Oh, im Offensiv befassen Der dahinter ist Traitor übrigens Ich kann nichts machen, ich bin außerhalb der Map Hey, gehen wir wieder ins Kammer Da, KW, du bist super klar Ja Wollen wir immer warten Warte, wenn wir rechts Schauen wir uns nicht mehr Wo war denn das noch? Da, da, komm her Ab hier, Zube Komm mal schnell, komm her Ja Ah, ne, da, ne So, wenn ich jetzt tot bin, ist es Nein, du darfst hier nicht rein Ich komme nicht rein Chris, wo bist du denn? Irgendwo außerhalb der Map What the fuck? Ich kann, ich, ich kann nichts machen, ich kann euch nur von hier draußen beobachten Weißt du, was geil ist? Du bist jetzt der Letzte und ich bin Traitor Das ist, das ist jetzt, das ist jetzt echt scheiße, Chris Du bist wirklich nicht im Flugzeug? Nein, ich bin draußen Nein, der ist echt draußen Alter, wie soll ich ihn denn jetzt töten, ey Wir laufen einfach da hin Ich kann dich auch nicht töten Ich kann dich auch nicht töten Du kannst da bestimmt die Scheibe schießen Ah, ist das kacke Kannst nichts machen, ey War er denn? Ach da, lol Wie hast'n das gemacht? Ähm, wir wurden Ich bin da gespawnt Ach, da ist er gespawnt Noch besser Ah, ich hätte die Tür wegsprengen können Ah ja, du hast da gespawnt in der Schrotklinter Stimmt, du hattest da C4 eingelassen können Ja, aber wirklich Punkte dafür Ja Ich wohnte einfach grad bei mir so behindert Ich lieg doch im C4 hin und kam da nicht raus Auch nicht schlecht Warst du der Typ, der mich angeschossen hat? Nein War von Anfang an da unten eingesperrt Ah Hey, wieder eine Schubkuhn für mich Jetzt könntest du gleich wieder laggen Freut euch Äh, nein, ach man Oh, nein Boah, ihr immer mit eurem Tisch kommen Das lasst sich so einfach sein Ich bin der Tiger Macht da mal die Tür raus Carl Ihr solltet euch bei einem mit rausgehen, ne? Weil... Ja, wieso sind wir da denn eigentlich gestern? Bei der unter uns Ja, weil die... Oh, Detective! Detective! Ja, der hat sich einfach in die Luft gemacht Ach, ich bin's Ja, er hat sich einfach in die Luft gemacht Fletcher, komm schon Hey, hey! Ich komm hier nicht vorbei Hey, geh raus da, geh raus da! Raus! Meins, geh Ich bin noch am spawnen, weil ich... weil dort eine incendiary geworfen wurde. Hallo Florian, LOL, wer ist denn noch grob? Oh, stehen sie doch offen. Ja, wo ist denn die jetzt noch schnell? Ja, ich bin hinter dir. Florian, geh weg. Ja, ich weiß. Das ist deiner. Wir geben uns da drinnen gegenseitig Kinder. LOL, Kai, was machst du da in der Ecke? Hä? Ich glaube, das hat sich hier gerät. Hobi ist es, glaube ich. Ich glaube, das bin ich. Confirm. Confirm. Ja, ist es. Okay. Kai? Nein, ich bin nur hingegangen. Hinter dir wurde jemand weggeschossen. Detective. Okay, da oben ist der Traitor. Ja, dann bin ich ja wohl definitiv die Erinnerung, wahr? Ja, ja, ich weiß. Könntest du hier einen schönen Ort, wo wir uns hinsetzen können, ein bisschen reden? Ich komme hier nicht weg wegen dir. Ja, ich auch nicht. Danke. Nice. Ach, wir warten jetzt einfach. Vielleicht kann ich dich schubsen. Ja, warte, ich wo geh es. Hör auf mich zu hauen. Ist aber aus Versehen. Hallo. Hat jemand die Sentry? Egal, in drei Minuten haben sie gewonnen. Ja, ja, wir warten einfach. Hab Zeit. Guck du in die andere Richtung. Ja, von da kann noch jemand kommen. Ja, klar. Von da kommt man in den Kühlraum. Oh, nice. Nice. Du hast immer biskonektus. Du hast immer biskonektus. Du hast John. Oh, hi. Wie viel? Lauf? Ja, es geht nicht. Kann mich weg. Oh Gott, wer ist hier? Alter. Komm mal hier hin. Klub rein. Der ist noch ganz wenig weg. Ich hab den Sniper abgeschossen. Kai, drück mal. Ich hab so unaufmerksames Kind. Tuten. 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 Wer ist hier vor der Kühlkammer? Fuck. Da kann man durch. Da. Ja, ja. Du. Du warst ein Traitor? Wer hat mich denn Killed? Hast du mich Killed? Hä, Christ ist ein Traitor? Warum gibt es denn drei Traitor? Hä, ich hab dich. Hä? Bin ich Traitor? Ah ne, ist schon gut. Wer hat mich dann Killed? Ich hab dich nicht gekillt. Wer hat mich Killed? Christian vielleicht? Was? Steht doch meist noch dranne, wenn du umkippst. Das steht doch dranne. Wurde... Ich weiß, deshalb darf ich jetzt nicht nach, glaube ich. Man dachte, dass es war eher irgendwer. Ich glaub zumindest, dass ich's nicht war. Ja, ich weiß nicht. Ich glaub, ich hab nur den Feno gekippt. Hier. Ah, ne. Bye-bye. Ja, Shotgun! Kai, ich muss mich töten. Wieso muss ich mich töten? War halt wohl vertreten, dass du ledert. Ah. Ups. Ach du Scheiß-Discombus. Geht mal weg hier. Kai, warst du das nicht, der gesagt hat, Scheiß-Discombus? Ja. Du hast selber gerade einen geworfen. Ja, weil ihr auch nicht damit aufhört. Ja. Achso, den mach ich jetzt einfach mal. Den kennst du doch. Oh, ist nirsch, Alter. Den kennst du doch, weh. Oh, ist nirsch, Alter. Da. Alter, ich häng dich fest. Alter, ich häng dich fest. Was? Den schießt du denn da? Der will einen aufgeladenen Schuss abfahren. Der Ersten, den ich sehe, kriegt eins ins Gesicht. Der Filmo schießt auf meine Tür. Achso, wir sind verloren übrigens. Filmo? Äh, ich hab ne leicht jemand gehört, der gestorben ist. Das bin ich bitte nicht. Okay. Okay. Äh, das war dann... Das war dann blöd. Das fiel mal nur. Wow. Trader hier. Wo bist du denn? Hi. Ja. Hier bin ich. Robi, geh, dreh dich um. Ich trau dir nicht. Bin ich? Hallo. Kommt man hier durch? Ja, nein. Ja. Die Traitor kommen natürlich nicht. Achso, okay. Der ist nicht offen. Wir können hier nicht langen. Achso. Wir haben uns eingesperrt. Verdammt. Aufwackig wurde er eingeschossen. Was tut das jetzt, der mich eingeschossen hat? Nein, man kann nicht die Scheibe schließen. Achso, okay. Okay, okay. Ja, aber ich sehe da keinen. Farsch mich doch, ey. Haben wir jetzt überhaupt schon irgendeine Information, wer Traitor ist und wer nicht? Ja, Phil. Okay. Ja, ich wieder, ne? Ja, du wieder. Ähm. Wo ist der denn? Weißt du was? Tofällig? Ja, auf der anderen Seite von der Scheibe hier. Der Scheibe. Ah, gut. Der hat die andere Tür aufgemacht und ist an mich gegangen. Oh, mich hat jemand eingesperrt übrigens. Boah, hast du mich erschrocken, alter. Hast du es vielleicht? Irgendwie sind hier gerade alle eingesperrt, habe ich so das Gefühl. Ach, Alter. Darum hasse ich diese Maps so. Iiiihihiihi. Vielleicht meinst du uns ja töten, das hätte sich sonst werden. Ähm. Haha. Ey, ich kann so eine Leichen vergewaltigen. Oh. Er hat was herausgefunden, er kann Leichen vergewaltigen. Da freut er sich. Na, in zwei Minuten und 30 Sekunden haben wir gewonnen. Wir haben Zeit. Bist du auch eingesperrt, Blue? Ja, ja. Ich habe jemanden sterben hören. Kai, lebst du noch? Ja. Ah, okay. Dann war das wohl teuer, der in einem anderen Raum war. Ne, ich lebe noch, ich lebe noch. Oh, Phil. Phil, hast du etwa jemanden umgebracht? Nein, ich habe gerade eine Leiche gefunden. Ach so, natürlich. Nachdem du jemanden umgebracht hast, hast du auch einmal eine Leiche gefunden. Das kenne ich. Oh Gott, da war einer. Oh Gott. Pass auf, auf der anderen Seite war ein Prater. Ich weiß nicht, wer das war, weil man sich scheinbar nicht genau wiegt. Okay. Pass auf, hier könnte gleich einer kommen. Sie haben eine Leiche gefunden. Der hat mir geklappt. Ich habe mir das. Ich habe zu wissen, dass das so ausgeschnitten ist. Sie haben ja gesagt, dass ich das so aus Daddy verankert habe. Und die dann aber auch nicht. Was können wir denn das? Ich habe nicht das? Wieso? Ja, das war so, du bist da so durch die Tür gebackt und dann... Gebackt. Ja, ne, echt... Nee, bei mir wärst du in der Tür. Ja, er wurde zum Kuchen. Versteht ihr wenig reinbacken, haha. Hier sterben die ganze Zeit Menschen, das ist ja unfassbar. Ich bin einer, der die ganze Zeit den Fallstuhl drückt. Knopf drückt und kalt tot, oh mein Gott. Ich bin so wirklich lieb von dir, Phil, dass du immer den, den du umbringst, auch... ...versuchst. Richtig süß ist das. Achja, Fahrstuhl fahren ist schon was schönes. Phil, dich kommst du dir. Warte. Kai, du bist tot, du darfst nicht reden. Ich bin nicht tot, ich bin deine Glühlampe. Du bist kein Buddhist, du bist Christ, das weiß ich ganz genau. Und wir glauben nicht an, ähm, Wiedergeburt. Blöd gelaufen. Ey Phil, komm mal zurück und öffne die Tür bitte. Ja, was ist das denn für den Laden hier? Soll ich nie? Cool. Ist nötig. Und Phil, schon ne Idee, wie du zu mir kommst. Hm. Ah, ich hab ne Idee. Das ist schön. Ach. Neine Melone. Ich hab ne Melone getötet. Ne, doch nicht. Sie ist so stark. Ich beschütze dich. Ich beschütze dich. Nein. Er beschütze dich. Ich hab dich festgebangen lassen, tut mir leid. Nimm mich mit Florian. Ja. Pass mich zurück. Fick dich. Alter, nimm noch irgendeine andere Waffe und nicht die Kiegel. Ey, du hast mir 40 Schaden gemacht, ja? So viel Schaden hast du mir nicht gemacht. Ja, du bist auch... Alter, ich hatte kein Leben mehr. Ich weiß, das war ein Witz. Wie hast du das denn geötet, Phil? Was? Wie hast du das denn geötet, Phil? Was? Wie hast du das denn geötet, Phil? Wie hast du das denn geötet? Was? Wie hast du das denn geötet? Mit ner Bombe? Okay. Ja, ich bin dabei. Ich hab ne C4 gelegt, da vorne. Ah. Ich hab euch eingesperrt und dann könntet ihr eh 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 nicht mehr fliegen. Ich kann mich nicht halten. Also wäre die sowieso irgendwann mal losgegangen einfach. Ne, das ist ne Bombe, die ich legen kann. Achso. Da musst du neben sein, oder? Kann man sich im Traitor-Shop kaufen. Und wann hast du die da hingereist? Äh, vor ner Minute ungefähr, oder ist die dann hochgegangen. Wer hat die Smokegranate gebraucht? Jetzt seh ich nicht. Die Smokegranate. Also wären wir eh gestorben. Naja, ich könntet auch im hinteren Teil gewesen sein. Deswegen, also wenn ihr hinter... Wenn ihr weit genug weg gewesen wärt, dann wärs vielleicht nicht... Also, okay, das heißt, das war schlau von uns, dass wir nebeneinander waren. Boah. Oder... Ja, ne ne... Was? Bringst du mich sofort um? Vielleicht. Ah! Phil! Au! Verdammt. Florian hat zu viel erzählt. Ich lebe übrigens noch keiner, falls du sie wieder nicht... Loi, wer ist da unten in dem Wings drinnen? Loi, hier ist ein Traitor. Geh wieder dort runter. Wer will du? Wer ist denn der Traitor? Was heißt hier? Warum hat der, warum hat der Detective... Weiß der Coby? Hä? Cage soll da drunter gehen. Wieso soll ich da drunter gehen? Hä? Okay, jetzt geht's. Da geht's in den Bauch. Dann bin ich Cage. Was bin ich Cage? Was bist du? Wo bist du? Ich bin dort unten. Ich bin dort unten, warst du mein... Cage, warst du das vielleicht unten in dem Tunnel? Du hast auch Schaden. Mich hat... Warum? Coby! 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 Coby, also du kannst mich ruhig fe fewer schießen. Coby, wenn du in Ebis away too. Du kannst du in Ebis capture. Coby! Coby! Coby, dann laаго ich gerade was für dich ja? Coby! Cý! Còysa! C Infrastee! Naipollee! Das ist einer von euch! I'm nervous! Geh mal kurz an die Seite bitte. Ja, und dann? Cvatore will ich ja direkt und dann gehen rauf los durch. Dkm! Da wo diese Türn sind, die rauf nur mit den Schalter öffnen kannst. Cformation Ist da grad jemand gestorben? Wenn ich ihn jetzt töten würde... Florian? Ja. Florian! Okay. Ja Kai ist es, Kai ist es, Kai ist es. What the fuck Kai wie dumm bist du eigentlich? Du hast ihn jetzt wirklich... Ich bugge fest! Ey wie schwul ich hab da... Ich hab ihn fast auf Kai! Mann ey! Ich bin an Schülkröte wiederbelebt, der Musti! Da! Das passiert Heinrich! Ich bin an der Kappe! Ey Phil Phil Phil! Komm her! Dann setze ich mich auf die Flasche! Kann mir jemand helfen? Ich bin gerade wiederbelebt von der Schülkröte und liegt schon auf dem Rücken! Phil komm her! Ich bin an der Mütze! Komm her! Ah! Habs geschafft! Verdammt! Kann mich jemand aus dem Kühlraum lassen? Ich bin eine Kühlkröte und das ist nicht gesund! Discombo! Nein, Smok Grenade! Discombo! Nein, Smok Grenade! Doch, Discombo! 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 ¿D 사건 sc Term osilUP! L olvide Ratigneur undaci interested. 2 L enfin! Hallo. Hallo. Bei mir ist der Golem. Und der macht Explosionen. Ich bin beim Detective. Ja. Das ist echt schön. Du musst doch immer stehen. Ah KJ schießt auf mich. Ich glaube es ist KJ. KJ schießt auf mich. Golem was machst du da? KJ. KJ. Loll. Warum? Könnt ihr jetzt mal aufhören zu tun? So langsam verfehlt mich das echt. Warum? KJ. KJ. Ich hab nichts geschossen. Ich hab nichts getan. Nein. Was passiert? Loll. Okay. Okay. Ich guck. Innocent. Ich weiß nicht. Ja ich auch. Ich bin da gerade erst hingelatscht. Grob. Ja. Tobi. Achtung. Tobi. Tobi. Keine Munition mehr. Auszeit. Ich bin es nicht. What the fuck. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Und ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Tobi. Ich bin es nicht. Aber du hast dich. Barrikadierst du dich da? Oder machst du da? Ja ich lauf die ganze Zeit rum. Okay Halt der Knopf Ist der ein Trailer? Das hat ja aneinander vorbei gelaufen Nee ich hab den doch gesehen Oh da schießt jemand auf mich Bist du Edward Traitor? Ja, okay. Ich hab gewonnen. Edward Traitor. Mach die verdammte Tür auf. Raus, was auch immer. Werft Granate oder so? Geht nicht. G-Hat. Okay. Smoke Grenade, töte mich. Finalier dich. Ja, super. Discombo. Yeah, ich hab noch ne Shotgun gekriegt. Nein, keine Discombo. War klar, wer schießt. Ich bin einfach die 8-fache Punktzahl von Kobi. Warum? Bist du nervös? Ja, ich bin Traitor nämlich. Geist ist 30, ich hab nicht zuvor. Ah, was? Okay, du bist Traitor. Du hast grad hier auch nicht. Haha, ich bin Detect-Nev. Was? Das ist halt sogar Detect-Nev? Warum ist hier so viel Nebel? Carl, ich bin Traitor. Wir fliegen gerade hier. Alter. Wo bist du? Kai lässt mich nicht durch hier. Ich hab gehört, du bist Traitor. Was? Bitte? Ich hab gehört, du bist Versteck. Traitor? Er ist kein Traitor. Äh, boah. Ah, ich bin so nervig. Hehe. Oh, komm. Der hat mich blockiert! Er hat mich blockiert! Komm! Er hat mich blockiert! Komm, rein da! Der liegt da drinnen heimlich! Mach zu! Was? Mach zu, mach zu, Carl! Mach zu! Hey, mach zu! Hey! Es geht nicht! Geh weg! Es geht nicht! Er zieht auf mich! Carl! Nein! 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 Lass mich hier rein! So, jetzt kann keiner mehr rein. Hey, macht irgendwer die Luke hier auf, bitte, von den Traitern. Carl, mach auf! Es ist für ihr. Ist denn jemand gestorben? Mal gehen wir weg da! Ich bin mit beiden Traitern drin, helft mir! Und wieso lebst du dann noch, wenn die beide Traitern sind? Ja, verstehe ich auch nicht. Zu Gold machen wir ihn jetzt tot. Carl, der kann ich treffen, wenn du halber durchschaust mit dem Kopf oder was. Carl, der kann ich treffen, wenn du halber durchschaust mit dem Kopf oder was. Carl, der kannst du kurz ein bisschen weggehen? Ich, ich, ich pack's mehr. Ich kann nichts machen! Hallo! Hütet euch einfach gegenseit! Geh raus! Mach zu, Carl! Ah! 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 Das macht euch ziemlich verdächtig. Und gay, ja. Robi, was schleichst du hier immer so rum? Lol, die Lücke ist offen. Geh rein, Carl! Robi, geh weg! Wow! Wolltest du mich gerade damit umbringen, Robi? Nein, es geht nicht damit. Wo komm ich hier hin eigentlich? Aber wohl. Nein, doch nicht. Warum hast du ihn denn umgebracht, Kai? Ja, weil ich... Mit ner Dis-Combo! Ja, tu mir leid, dass ich gesehen hab, dass das ne Dis-Combo ist. Bleib da, bleib da! Ja, jetzt bin ich frei, komm mal raus, okay? Warte, ich bin sowieso... Chris! Töte mal Kai! Ey! Okay. Wer ist das? Wer ist das? Hier, der nach vorne, Golem! Töte ihn! Töte mich! Töte ihn! Dankeschön! Ah! Hier, irgendwer da ins hier ist reingeworfen! Oh! Er ist ein... Er ist ein... Er ist ein... Er ist ein... Wieso bist du einfach Traitor? Was ist Klo B98? Was ist er? Ich hab auf irgendjemanden geschossen... Pfff... Keine Ahnung, wo er gestorben ist... Ein Traitor ist tot! Den hab ich sogar umgebracht! Yay! Er lebt denn noch alles! Sekret oder Toy Soldier? Ich glaub eher Toy Soldier, weil ich bin es auf jeden Fall nicht! Ja, ähm, ich hab grad einen Traitor umgebracht, ich hab's nicht zugehört! Toy Soldier ist es! Okay! Soll ich es sein? Weil ich's bin... Weil ich's nicht bin! Da fährt irgendwie der Lift runter! Florian, mach die Tür auf! Ja, ich... Ah, tut mir leid! Tut mir leid! Ich hab nicht gewusst! Wo bist du denn? Ja, hier... Da, wo du gerade warst! Was ist denn, wo ich gerade war? Komm einfach zurück! Zurück in den Hinternbau! Der hält sich echt nie an dir tot! Du läufst weg! Du läufst weg! In die Richtung! Ach, ihr seid hier... Ey, ich hab ne super Idee! Ich weiß ja... Ihr wisst ja, dass ich inno bin, ne? Richtig? Weil ich jemanden umgebracht habe! Du gehst jetzt einfach da hin und machst ein Team Deathmatch mit dem... Ein Team Deathmatch? Ja, ein Deathmatch! Oh, und der schießt auf mich! Oh, jetzt fick dich auf mich! Ich hab ja exakt KS! Komm her! Ich fahr auf dich, also... Alter, ich hab keine Chance! Nubi! Wie? Du hast da AK, so... Ja, oder? C, kannst du dir kaufen! Ja, klar! Kann ich dir die AK! Kaufe, Uli! Gib's die! Beim Traitershop! Arschkart! Willst du mit mir? Nein! Willst du mit mir, Arschloch? Es ist einfach nur arschig! Du bist ja richtig ein Noob! Wieso bin ich arschig? Ich... Ich... Ich hätte dich schon viel früher töten sollen! Ich weiß! Ich hab's ja gewusst, dass der Traitor war! Ey, ich will die Runde noch zu Ende spielen! Ich hab mal die ganze Zeit gedacht, wieso knallst du mich nicht? Ja, der Gohlen hat ein bisschen gestört, gell? Ja! Der nervige! Der ist echt anders! Das stimmt natürlich! Thomas anders! Ganz anders! Thomas anders! Wie anders? Ja, Thomas anders! Ich... ich kill jetzt den Kai! Ja, mach das! Anders! Er tötet ihn nicht anders, er tötet ihn! Mit einer Rolle! Golem war's! Hat geschossen! Echt jetzt? Ja, ich hab... Jetzt weiß ich, der tötet mich! Was ist das? Alter! Alter! Absniper der Umbra! Ja, das ist super! Komm erst, tötet mich! Bin Inno! Tötet mich! Ja, kill dich! Der Detektiv! Du darfst ihn töten! Du bist ja der Detektiv! Du musst es... Also du bist ja der Detektiv! Nee! Ja, gut Job! Wer schießt denn her? Ja, das ist aber schon mal die Liste kleiner von den Leuten, die wir kriegen können! Das ist ja so... Dann können wir schon mal ausschließen! Ist jetzt kein Tod? Dann ist es entweder... Ja, ja! Dann können es noch drei Leute sein! Hallo! Fifty-fifty Chance, wa? Hallo! Ja! Also wenn wir jetzt... Könnten wir eigentlich KJ auch töten! Wenn er kein Innocent ist, dann... wird es natürlich noch schwerer, aber... Wir sind denn sicher, dass die anderen beiden Traitor sind, weil ich bin 100%iger Inno! Ja, ich auch! Das steht hier noch nicht fest! Boah! Okay, der schieß! Der schieß! Der schieß! Probi HD! Yeah! Ich bin KJ! Ich bin Sarkastra! Wer ist das? Ah, das ist das Falsche! Nein! Mann! Kai, was soll das? Du meinst, das tut es nicht! Nein! Du darfst sowas zu Kai nicht sagen! Der nimmt das glatt ernst und tut es! Der versteht keinen Sarkasmus gar nicht! Alter! Der Sarkasmus! Der stand mit einer Schrotflinte vor meinem Gesicht! Jetzt her! Ich f*** dich! Ich f*** dich! Das ist richtig Sarkasmus, ne? Aber Kai hat 759 Karma und minus eins! Der ist einfach der schlechteste! Ich hab 1000 Karma und... Läu, wir hängen! Und ich hängen Phil fest! Oh! Phil, ne? Oh Gott! So nah will ich mit dir aber auch nicht zusammen! Oh, was? Dann du stinkst nach Magie! Und nach... Und nach... Und nach... Und nach... Und nach... Und nach Damen-Deo! Hey, gut! Ja! Ich dachte, das durfte! Gut! Geht euch! Ja! Ja! Da kommt in die Kuschelkammer! Ich bin Detektiv! Okay! Echt? Ja! Äh... Du stinkst! Phil ist schon in der Kuschelkammer! Phil geht raus! Phil geht raus! Oh Mann! KJ ist Traitor! KJ ist Traitor! Der hat gerade das hier unten aufgemacht! Weil er E gedrückt haben muss! Hat er wahrscheinlich zu oft E gedrückt! Und dann war... Hat das aufgemacht! Hundertprozentig! Ja, KJ! KJ ist Traitor! Kill onside! Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er das war! Hey, kannst du da weggehen? Ich komm nicht weg! Wer bist das? Ich kann auch nicht weg! Danke glaub ich ist auch, weil der ist schon gewaunt, ey! Ich kann mich nicht bewegen! Ja! Ihr auch nicht! Das war die Scheißidee mit der Kuschel-Ecke! Nein! 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 Weg! Weg da! Raus! 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 Oh Mann! Das ist Scheiße, ey! Du kannst dich doch bewegen, oder? Ne! Nein! Warte! Nein! Was machst du da? Nein! Huch! Oh! Ich bin draußen! Ich hab 10! Kannst du dich bewegen? Ah! Robi ist so gut wie tot übrigens! Alter! Was mit KJ? Habt ihr den schon umgebracht? Nein! Ich trau mich nicht! Darker glaub ich ist, aber ich bin mir nicht sicher! Oh! Oh Scheiße! Das war Reaktion! Scheiße! War da jemanden umgebracht? Ja! Aber du hast ihn nicht untersuchen! Fuck! Sorry! Ich hab aus Versehen Grobi erschossen! Ich dachte der war Traitor, weil er hier Dings erschossen hat! Wen hat er... Chris glaub ich! Ja, er hat Chris erschossen! Alter! Ich hab überlebt es! Es lebt nur mehr! Na entweder es... Also Toy... Toy ist es auf jeden Fall! Der ist anders! Toy komm nicht in die Brustrecke! What the fuck! Hast du mich erschrocken! Sorry! Oh Gott! Geh weg Kai! Da... Da sitzt... Junge... Da sitzt ein... Ja du hast ne Schroflinte und... Ich möchte dann nicht mit dir kuscheln oder an dir Schroflinte saugen und du schießt! Kann... 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 Kann irgendwer die Kühlkammer aufmachen? Klar! Ich komme! Ich bin Detective! Ja ich komme! Robi ist tot! Er ist tot! Er ist tot! What the fuck! Wieso? Geh weg da! Geh weg! Pass auf! Warte! 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 Kei ist Traitor! Guck mal auf die Liste! Der noch alles lebt! Und es sind zwei Traitor insgesamt! Okay pass! Du bist... Du bist... Du bist innocent! Ja ich weiß! Pass auf! Hi! Ja! Warte! Warum hast du mich getötet? Alter hab ich gerade... Sorry! Grobi! Grobi! Ich wollte dich eigentlich nicht töten! Du hast... Du hast brav alle untersucht! Ja! Und dann waren nur noch vier Leute da! Der Detective! Ich und zwei Traitor! Grobi! Warum hast denn du Chris erschossen? War das der Detective? Ja! Ich hab Chris! Ich hab Garten angeschossen! Und dann hab ich aus Lektion geschossen! Ach so! Okay! Ich dachte so! What the fuck! Warum sitzt der denn da? Und ich gucke zu Chris! Ja ich hatte nur mit zwei... Ich hatte nur mit zwei Lehm gehabt! Und dann hab ich mich nur mit versteckt! Hä? Alter! Denkst du bei mir gerade? Na! Okay! Ja! Ich hab ein Shotgun! Und ich bin hier gesehen trotzdem zu töten gekommen! Hä? Das ist kein Money mehr! Das ist mehr Money! Ah! Ich hab hier meine Sniper! Ah! Kai, hast du letzte Runde die eingesperrt? Oder war ich das? Weil wenn nicht das war, war das unabsehbar! Mach's auf einfach die Tür! Okay! Mach unten das Ding einfach auf! Ich steh da einfach! Welches Ding mach ich auf? Ich wollte die Tür aufmachen und dann hab ich vielleicht... Wie weit auf... Ah! Schleckt! Oh jetzt haben die hier Flash geworfen! Wer, wer, wer ist heute Traitor-Kollege, das soll bitte in die Kuschel-Ecke gehen! Ja? Weiß nicht, wo die Kuschel-Ecke ist, tut mir leid! Die, die ist uns der Stieger! Erster, erster Stock! Ganz ruhig! Nee, das kann man tun auch, oder? Ja! Ja! Alter! Pass auf! Was ist das? Geht keiner mit Kuschel-Ecke? Hey, wer ist das? Ähm... Ich bin das! Alter, ich seh nix! Hier ist überall ne Flash, ey! Ich auch nicht! Welche Richtung? Was? Ich lauf! Ah! Ich bin in die richtige Richtung! Ja! Ich rahm dir das! Okay! Okay! Geh weg! Ja! Ich will nichts von dir! Bist du denn beim Pieren? Ich auch das! Detektor! Was? Ich schieß auf das hier! Der fuck! Ich! Na bitte! Alter! Ich kann nicht mehr zurück! Wer ist da? Alter, wo ist denn der scheiß Nebel? Oh Gott! Nimm das! Nimm das! Nimm es! Was ist der Detektor? Hier! Alter, was hast du das zu tun? Oh, da kommt einer! Wer ist das? Dark Kay! Ich hab Musik geholt! Dark Kay ist ganz nett! Dark Kay ist ganz nett! Oha! Der Musik holt! Geil, ne? Voll das Gerücht über mich! Ich geh mal meinen trinken! Magst du mit trinken? Ey! Lebt denn auch alles so! Magst du einen mit trinken? Ja! Warte! Ach! 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 Essen für dich! Da! Da! Essen! Ich hab ein Kuscheltier für dich! Alter! Was ist das? Lagst du nur bei mir gerade? Äh! Ja bei mir! Du hast einen guten Pink Catcher! Einen Durchschnitts Pink! Ja man hört dich! Deinen Durchschnitts Pink Catcher für 500 Alter! 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 Wir werden alles gerade nicht überhaken! Sie haben uns eingesperrt! Sie haben uns eingesperrt! WTF! Hier ist jemand tot! Von wo ist Kai? Das ist äh... Grobi! 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 Ich glaub ehrlich gesagt Kai, so ist das die ganze Zeit schon gesagt! Kai? Wo ist denn Kai? Okay! Ja weil ich hier festhänge und mit 35 HP! Ja! Wieso ist denn 35 HP? Da! Weil ich einfach rum geschossen wurde! Das ist dein einziges Ding! Ah! Ich bin angekommen! Kann von hier hinten jemand kommen? Äh... Ja wenn es aufmacht glaub ich! Oh! Da kommt einer! Na der Vater lebt! Siehst du? Er lebt gerade! Siehst ne? Ja! Fahrt grad! Da müssen wir... Mach was! Ich möchte hier doch nur raus! Hast du Errors? Wie Errors? Nein, nirgends! Was? Du schon? Weil... Weil wir das... Das schöne Dings nicht wieder downloadet haben! Ich hab... Das sind wir nur bei uns daheim! Ich hab... Nein! Ah ja! Das haben wir ja nicht! Ach so genau! Scheiße! Aber ich komm da dritt nicht durch! Das ist blöd! Warte! Ähm... KJ? Ja? Du brauchst wegen dem Flug! Ähm... Ein... Für einmal reicht's noch! Was ist das? Ach so ja! Wo seid die anderen eigentlich? Aufpassen! Ich weiß nicht! Wir spielen uns da neu! Kann diese Scheiße nur den Traitor aufmachen oder was? Was denn? Ja! Die... Die Türen? Welche Türen sind dann zu? Oh lol die sind zu die Türen! Schau schau schau! Schau schau schau! Es für dich! Oh! Das wär's aufgemacht! Irgendwas hat das... Der... Der Liftfahrt die ganze Zeit! Ach so! Der Liftfahrt! Na dann muss der... Das geht nie auf hier! Oh jetzt hast du nicht mehr geschossen! Warst du das? Nein! Okay! Okay! Hm! Ja! Essen haben wir noch! Reicht! Ja! Super! Den Kotzbeutel! Hey! Ich bugge da drinnen, oder? AJ? Hier piepst's! Ähm... Filmo hat ein... äh... Florian getötet! Woher... Hä? Hab ich gar nicht! WTF? Hier kommt jemand! Hier kommt jemand! Achtung! Da ist grad auf der einen... Hier ist... Hab ich grad im Gegensein! Hier ist jemand! Okay! Weil du ein Traitor bist... Öffne die Türen! Dann wird dich erschießen! Wenn's der Filmer ist... Dann ist der... Nein! Oh, der ist doch scheiße! Ich ging fünf Minuten lang... Wo bist du denn? Ja, verrate ich doch nicht! Wurde auf den Verfahren der Schulfender angeschossen... ...und so... Und wie lange hält denn der Haste-Mode überhaupt? Keine Ahnung... Sooo... Da geht's mal auf Kai zu suchen... Ich glaub wir kommen da gar nicht hin, weil... Hm... Bist du da rüber gekommen, Chris? Was? Auf der anderen Seite... Wie bist du da hingekommen? Äh... Den Weg den wir vorhin gegangen sind... Ach hier auch... Ich... Hier muss... Hier muss man... Hier muss man... Hier kommt mir der Karte nicht klar... Fuck ja, wir kommen da gar nicht mehr hin... Fällt mir gerade auf... Wir haben die Türen zugesperrt... Ah, wenn wir hier... Nee, hier kommen wir wieder hin... Was ist das... Okay... WTF... Du tötest mich... Verpiss dich... Au... Wie machst du denn noch? 4HP wegen dir! Dann geh ich sterben, Junge! Genau das wollte ich dir gerade sagen... Hahaha... Wir müssen eigentlich in die... Wir müssen zum Fahrstuhl... Aber der Fahrstuhl ist mir von den Türen abgeschottet... Die kann der nicht mehr voran... Kann aufhören... Einzige Warte... Jaaa... Warte hin... Warte aufgelaufen oder... War er... WTF... Kein Wunder warum wir den noch nicht kriegen können... Naja man muss... Man muss Kai sagen... Er konnte aber auch nicht raus... Also... War er denn... WTF... Ich weiß nicht ob er dich auch gekillt... Dich hat die Bombe wahrscheinlich gekillt... Ja aber ich... Es kann sein dass er dich auch... Ne ne durch die Bombe... Na durchs Fenster nicht... Hast du was? Ja... Ja ich will nicht durchs Fenster... Hast du mich durchs Fenster oder... Durchs Fenster... Ja ok... Man... NEIN! Ich sehe schon wieder eine Discombo fliegt... Man KJ... Was? Ich muss probieren ob das Glas niederschießen kann... Der Dr. F... Ok... Jetzt geh ich mit dir mit dir... Darf ich? Du hast sogar auf mich geschossen Kai... Nein... Darf ich? Das war hier... Aber das war F... Ok... Ok... Gut... Ja mein Name... Du hast alles... Hehehe... WTF... WTF... Ey... Ey Kai... Ich bin gerade am wegrennen... Kai... Das war 12 Papi... Ok... Was? Was? Ich meine nicht dich... Ok... Wer ist denn? Wer ist denn? Oh... Ja... Mann du bist tot Kai... Sei doch mal ruhig... Oh... Sekunde... Auszeit... Ja... Na gut... Das warste mit der Runde... Tschau... Danke... Danke... Ja... Danke...